Guten Tag alle miteinander, hier ist Juvia Vaka der Allmeister und das ist das wunderbare Intro von Operation Body Count. Es gibt eine Spezialtruppe von vier Typen, die man hier auch in blauem Hintergrund erkennen kann, die ein Gebäude, das UN-Gebäude von einer Gruppe Terroristen befreien müssen. Und wir kämpfen uns quasi vor von der untersten Stufe bis hin ganz nach oben, wo der Obermods natürlich hockt, Viktor Balok oder wie er heißt. Der Name ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das hier eine Wolfenstein 3D-Engine basierte Spielerfahrung ist. Und dieses Spiel gilt allgemein als der schlechteste Shooter, also unter Oldschool-Kreisen. Aber ich finde, es gibt sicher noch schlechtere. Allerdings hat dieses Spiel viele Sachen, die diesen Ruf begünstigen, sag ich mal. Und ja, also worum geht's? Ja, wir spielen einen Anti-Terror-Kämpfer im Grunde genommen. Am Anfang sind wir alleine, später kriegen wir noch ein paar Kollegen dazu, in Anführungsstrichen. Und das sind sie, aber die begleiten uns nicht durch das ganze Spiel, sondern nur kurz. Oder für ein paar Missionen oder ein paar Level. Jedes Stockwerk ist ein Level und wir haben die Ebenen von 1 bis 40. Also es gibt 40 Level. Und jedes davon müssen wir säubern von Gegnern. Und was ich spiele, ist die CD-Version. Es gibt einmal eine Disketten-Version, eine Floppy-Disk-Version und eine CD-Version, die ich spiele. Und die CD-Version soll angeblich, und das hat sie auch, vier Tracks haben. Vier relativ gute CD-Tracks, also Musik, die ich allerdings irgendwie nicht zum Laufen kriege. Und da es nur vier Stück sind, würde man wahrscheinlich auch viele öfter dieselben hören. Also dachte ich, bleiben wir beim guten alten MIDI-Sound, der auch in der DOS-Version drin ist. Und sie haben noch ein paar Kleinigkeiten für die CD-Version geändert. Ich glaube, eine der Änderungen war unter anderem, dass die Aerial Turrets, also die fliegenden Ventilatoren-Monster, eine Schussattacke haben, was wahrscheinlich eine Katastrophe wird für dieses Let's Play. Generell fürchte ich mich vor diesem Spiel. Ich fürchte mich nicht nur, weil das Spiel nicht zu doll ist, sondern auch, weil ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen werde. Was allerdings nicht wirklich der höchste ist, aber der höchste, der normal möglich ist. Okay, was haben wir hier für Menüpunkte? Die müssen wir jetzt mal aus dem Weg räumen. Das ist einmal View Size. Da können wir einstellen, wie groß... Oh, okay. Mem to Low. Okay, das muss ich umstellen. Ich komme gleich wieder. Das ist... Okay, wir können nicht auf XL spielen. Das ist im Grunde genommen die Fenstergröße. Kann ich im Spiel selber nicht verändern. Ich muss das hier im Menü machen. Das ist nicht so wie bei Doom oder so. Ich weiß gar nicht, ob Wolfenstein 3D das kann. Aber ich komme gleich wieder. Es fängt schon mal gut an, sage ich mal. Es fängt gut an. So, da bin ich wieder. Und ich hoffe, jetzt kann ich XL einstellen. Ja, jetzt kann ich XL einstellen. Das ist die Bildschirmgröße. Ist nur eine optische Geschichte. Ich dachte, das kann ich euch wohl zumuten, dem geneigten Zuschauer. Mal sehen, wie geneigt er hier nach sein wird. Und dann gibt es den Game Type. Der Game Type bestimmt im Grunde genommen einige Sachen. Unter anderem den Schwierigkeitsgrad. Das hier ist Schwierigkeitsgrad 1. Da fehlen dann Gegner auf den Maps. Und die machen auch nicht so viel Schaden. Auf Stufe 2 ist normal. Da sind mehr Gegner. Die machen mehr Schaden. Stufe 3 ist die härteste Stufe. Da sind alle Gegner da, die es geben kann. Und die machen radikal viel Schaden. Das werden wir vor allen Dingen an den Riesenratten merken. Die töten uns mit einem Biss, wenn wir keine Rüstung haben. Ja, Riesenratten. Freut euch. Dann gibt es Game Type R. Und R steht für Random, also zufällig. Und das ist ein Spielmodus, der anscheinend ein Scherz ist oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls bedeutet das irgendwie, ich weiß nicht wie Bodycounters macht intern. Das ist ja eine modifizierte Wolfenstein 3D-Engine auch noch. Auf jeden Fall ist es so, dass dann alle Gegner zufällig im Level platziert werden. Die werden irgendwie, und Waffen und Gegenstände auch. Das wird alles zufällig irgendwie durcheinander gewürfelt. Und dann kann es sein, dass man gerade im Anfangslevel ist und von irgendwelchen Monsterhorden zerfetzt wird. Und keine Chance hat, überhaupt noch zu reagieren. Das ist ein Game-Modus, der mir persönlich auch von der Story, wenn man davon sprechen kann, nicht so sonderlich gefällt. Weil die Gegnerplatzierung ist ja schon gemacht worden. Das hat ja irgendeinen Sinn und Zweck gehabt, das Ganze. Dass die Gegner da in bestimmten Bereichen sind und sowas alles. Und wenn das alles durcheinander gewürfelt wird, dann verliert man diesen Aspekt des Spiels. Und weshalb ich dann auf 3 das machen werde, auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Irgendein Wahnsinniger hat das schon gemacht. Er hat das Spiel auf Stufe 3 durchgespielt. Und ich ziehe meinen Hut in so ein englischer Geselle. Kann man sich angucken, ist ohne Kommentar, aber er spielt alle Level durch. Und er macht das sehr gut. Ich fand mich, wie er das überlebt hat. Er hat sicher auch ein paar Mal die Level machen müssen. Und dann, um sich zu merken, wo die Gegner teilweise sind. Und wie man das Level am besten bewältigen kann. Aber das ist nichts für mich. Ich glaube, ich habe es nur einmal in mir in meinem ganzen Leben, dieses Spiel einmal durchzuspielen. Und das werde ich jetzt versuchen. Ich habe schon mal ein paar Level gespielt. Vor einiger Zeit. Und jetzt dachte ich, spiele ich das mal durch und versuche es. Ich bereue es jetzt schon. Dann gibt es noch... Und das ist eigentlich der schwierigste Schwierigkeitsgrad, weil da kann dir alles um die Ohren fliegen. Aber so verrückt bin ich dann auch wieder nicht. Und wie gesagt, von der Story passt mir das auch nicht ganz. Das ist irgendwie ein bisschen zu wirr. Dann gibt es N, T und M. N ist für Network. Das heißt, man kann Deathmatches spielen bei diesem Spiel tatsächlich. Okay. Deathmatches mit Operation Body Count. Ich habe nur keinen, der das mit mir spielen möchte. Und das kann ich verstehen. Dann gibt es T, T ist eigentlich Teams. Dann hat man zwei Teams, die gegeneinander kämpfen, Deathmatch mäßig. Und dann gibt es noch M. M war... Multiplayer, ich habe es vergessen. Aber nicht so wichtig. Wir bleiben bei drei. Highscores können wir uns angucken. Und Hank, Oliver, Sam, Ralph, Alf, Ab und Arnold sind oben. Hey Arnold Schwarzenegger. Ja, das Ganze ist im Grunde genommen... Da sehen wir vielleicht... Ich schätze mal, das soll das Gebäude sein, das UN-Gebäude. Das wir befreien müssen. Es spielt alles in einem Gebäude und das Ganze ist im Grunde genommen... ...stirbt langsam. Audio Mix, da kann man hier noch so Sachen einstellen wie die Musik. CD-Musik kann ich hier eigentlich auch einstellen, aber das bringt nichts, weil die nicht läuft. Es läuft immer die MIDI-Musik. Vielleicht muss ich das mal... die MIDI deaktivieren, dann wird dann die CD aktiviert. Aber ist auch merkwürdig. So, dann können wir das Spiel starten, wir können es fortsetzen, wir können es abbrechen, das Läufende, aber wir müssen es erstmal starten und dann können wir noch speichern und laden, wenn wir im Spiel sind. So, und das ist das Menü. Eine Sache, die ich gemacht habe, ist in DOSBox. Und zwar in DOSBox SVN Down. Das ist nämlich eine DOSBox-Version, die SafeStates hat. Und man kann jederzeit im Spiel speichern und laden. Das Problem ist bloß, es dauert ziemlich lange, um in diesen Bildschirm reinzukommen und wieder neu zu laden. Es gibt eine QuickSave-Funktion tatsächlich, aber zum Laden muss man auch wieder in diesen Bildschirm hier gehen und dann laden. Und ich dachte, das kann ich alles wunderbar abkürzen mit dieser DOS. So, da bin ich wieder und das hier ist zwar nicht Operation Body Count, sondern hier Defend, mit dem ich ja meine ganzen DOS-Spiele manage und so weiter. Und was ich gemacht habe, ich hatte den Loadfix verwendet, weil ich dachte, vielleicht bringt das was. Anscheinend ist es aber wirklich ein Nachteil, wenn man das Spiel spielen möchte. Also nimmt den Haken da wieder raus, den Loadfix. Das ist für manche ältere Spiele wohl notwendig, aber für dieses Spiel ist es eher hinderlich. Und ja, soviel dazu. Das war der Fehler, den ich da gemacht habe. Und was ich hier noch im Hintergrund offen habe, oder jetzt im Vordergrund, ist WDC. WDC ist im Grunde genommen ein Wolfenstein 3D-Editor, Level-Editor. Und das hier ist nicht, ich habe hier eine kleine Änderung schon gemacht, für mich selber, weil ich dachte, dann wird das Spiel vielleicht ein bisschen leichter. Aber ich dachte mir, na gut, es gibt noch eine andere Möglichkeit, das für mich ein bisschen erträglicher zu machen, diese Erfahrung. Aber da kommen wir dann gleich zu, wenn es wieder zum Spiel zurückgeht. Was ich nur erklären möchte, das ist wichtig, um zu verstehen, wie Wolfenstein 3D funktioniert, prinzipiell. Und zwar ist es so, dass es auf jedem Punkt einer Karte, das ist die ganze Karte von dem ersten Level, noch recht überschaubar. Und hier sind die ganzen Gegner aufgelistet und einige andere Sachen. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass es hier diesen Flur gibt. Der Flur ist im Grunde genommen ein Bereich, wenn hier sich ein Gegner aufhält in diesem Bereich. In diesem Flur, ich muss mal gucken hier. In ganz anderen Spiele, das ist Flur 91 hier, so wird er genannt. Es ist nur eine Nummer. Aber wenn hier ein Gegner ist und wir hier eine Waffe abfeuern, dann hören das alle Gegner, die sich auch auf diesem Flur 91 befinden. Und dieser Flur 91 zieht sich vom Anfang, hier dieser grüne Pfeil, da fängt das Level dann immer an, zieht sich durch bis zum Ende. Das bedeutet, dass wenn wir hier eine Kugel abfeuern, dass es alle Gegner alarmiert. Es wird alle Gegner alarmieren, die sich auch auf diesem Flur befinden. Es wird nicht die Gegner alarmieren, die sich auf dem anderen Flur befinden. Die werden nur dann alarmiert, wenn man halt auf dem Flur ist und da was macht oder schießt. Also hier zum Beispiel, hier ist Flur 93 in rot dargestellt, in diesen roten kleinen Punkten. Und hier übrigens auch. Ne, das ist 93, warte mal, das ist 93, okay, okay, dann macht das wieder Sinn. Und das ist so ein Quatsch. Hier ist Flur 93, diese roten Punkte. Und hier sind wir eigentlich ziemlich weit unten. Und wenn wir hier eine Waffe abfeuern, dann hören das die Gegner, die sich hier auf Flur 93 befinden, was aber weit entfernt ist, durch viele Mauern hindurch und Gänge hindurch, dann hören die das. Und das ist eine Sache, die macht das Original Wolfenstein 3D, macht das nämlich sinnvoll. Und da hat man wirklich, das hier ist quasi ein Flur, dieser Bereich. Wenn jemand hier eine Waffe abfeuert, dann hören das nur die Gegner, die sich hier befinden, was auch mehr Sinn macht natürlich. Oder vielleicht auch noch diese hier, dass das durch den Gang heilt oder sowas. Das kann man sich alles vorstellen, aber das ist wesentlich besser unterteilt. Und Operation Body Count hat das überhaupt nicht. Oder ich weiß nicht, wie sie das Level designt haben oder sich keine Gedanken darüber gemacht haben wirklich. Weil das ist so ein Quatsch, dass wenn man hier eine Waffe abfeuert, dass die Leute dann hier hören. Und das zieht sich durch alle Level hindurch. Im Grunde genommen kann man sagen, feuer hier eine Waffe ab am Anfang des Levels und alle Gegner, fast alle Gegner im ganzen Level sind alarmiert. Sofort. Sofort alarmiert. Und das liegt eben daran, dass das der Flur ist. Also der Bodenbelag sozusagen. Und dann auf diesem Bodenbelag werden dann halt Objekte platziert. Das sind entweder Gegner, das sind Waffen, Munition, Rüstung oder auch Level-Designs, wie zum Beispiel hier diese Hanging Vines. Also die hängenden Lianen, die uns die Sicht ein bisschen versperren. Man kann nicht zwei Sachen auf einem Feld haben. Es geht immer nur eine Sache. Also hier ist zum Beispiel ein Gegner. Und da kann ich dann noch hier so diese Lianen können da nicht hängen oder irgendein Medi-Pack oder irgendeine Waffe oder sowas. Es kann immer nur eine Sache da rumliegen. Und ja, das nur zu erklären, warum das Spiel nicht so dolle designed ist. Weil ja, ein Schuss hier und BAM! Das ganze Level ist im Alarmzustand. Und das hat das Original Wolfenstein 3D nicht gemacht. Ich habe selber auch mal ein paar Maps gebastelt. Aber da habe ich das nämlich auch, ich habe das auch gemacht, dass ich dann halt, okay, dieser Raum ist dann Flur 93, der ganze, der ganze, nicht nur halb, halb hier. Und dieser Raum ist dann Flur 94, 195 und dann ist das hier 96 vielleicht und das ist dann 97. Einfach damit man das Problem nicht hat, dass alle Gegner auf einmal anspringen. Ja, damit man zumindest, weil sonst hat man ja eine Armada plötzlich gegen sich im Grunde genommen. Ja, gut, aber da kommen wir noch zu, zu der Wegfindung, die sehr simpel ist, kann ich gleich schon mal sagen. Die ist gerade Linie, kürzester Weg und das war's. Also Intelligenz gibt es hier wenig, aber das war im Original Wolfenstein 3D auch schon, 3D auch schon so. Also, das kann ich dem Spiel nicht vorwerfen. Ach ja, so. Und eine Spezialität allerdings ist, dass, alles ist ja in Flur unterteilt hier, aber es gibt die, es gibt einen Punkt, der heißt Death Guard. Das heißt, Gegner, die sich auf so einem Death Guard Feld befinden, die sind wirklich taub. Und egal, hier ist zum Beispiel auch ein Death Guard, die reagieren nur, wenn man sie sieht, wenn sie uns sehen, meine ich. So, dann reagieren die erst. Und die gucken in eine bestimmte Richtung, das heißt, wenn ich von hinten kommen würde, könnte ich die von hinten erschießen, ohne dass die mich bemerken. Also eigentlich, ich gehe ganz nah ran, dann, wenn sie quasi den Atem im Rücken oder im Nacken spüren, dann reagieren die drauf. Aber sonst nicht. Das heißt, man kann so eine Schleichgeschichte machen, dass man einfach an denen vorbeischleicht hier und die dann von hinten erschießt. Und das sind Death Guards. Und wenn man die erschießt, dann sind nicht alle anderen Death Guards auch gleichzeitig alarmiert. Die sind wirklich einzeln betroffen. Und das sind halt Gegner, die reagieren nur auf Sichtkontakt. Sonst reagieren die überhaupt nicht. Ja, aber das nur zum Hintergrund, um Operation Body Coint, Body Coint, Body Count da ein, wie ich finde, Problem hat. Und das ist nur eins von den Problemen. So, ja, das ist das erste Level. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Oh mein Gott! Okay, ähm. Oh Gott. Okay, ähm. Ich werde, oh Gott. Das ist einfach gestartet. Okay, versuchen wir es. Versuchen wir es. Ich meine, was ich hier mache, hat seinen Sinn und Zweck. Frag nicht, was los ist. Akzeptiert ist. Oh Gott, eine Riesenratte. Ich habe nur noch eine Schrotflinte. Kommt von da eine. Da hinten kommt eine Riesenratte. Oh, das ist schlecht. Die kommt von der Seite. Oh mein Gott. Oh, da kommt noch eine. Riesenratten töten uns mit einem Bissen. Stopp. Okay, das war nicht meine Absicht. So loszulegen. Ach. Okay. Ist jetzt Ruhe? Tolle Musik übrigens. Oh, da hinten ist noch eine Riesenratte. Und noch eine. Die machen auch ein hässliches Geräusch. Die kleinen Ratten sind ja noch niedlich. Aber die großen sind Monster. Und ihr habt gesehen, ich habe nichts gemacht. Ich stand hier nur rum. Und trotzdem sind die Gegner... Da kommt noch mal eine Ratte. Die kommt von einer ganz anderen Seite des Levels. Das hatte ich ja erklärt in dem BDC-Video. Uff da. Okay. Ich glaube, so langsam könnten wir Ruhe im Laden haben. Das ist zumindest meine Hoffnung. Okay. Ich werde eine Geheimtür öffnen. Wolfenstein 3D hat ja auch viele Geheimtüren. Und Operation Body Count ist dann nichts anderes. Mit H können wir uns die Lebenspunkte genauer anzeigen lassen. Das ist eine Geheimtür. Hier liegt eine Uzi rum. Die nehme ich mal mit. Und es gibt hier Geheimnisse. Wie Rüstung. Zweimal eine Flag Jacket. Eine gepanzerte Jacke. Wenn wir hier noch weiter runter gehen. Ich schaue mal die Karte dazu. Finden wir sogar Heilung. Das gibt uns 100 Lebenspunkte jeweils zurück. Und da ist ein Aufstieg zum nächsten Level. In dieser Geheimtür. Aber es ist egal, welche Geheimtür wir nehmen. Oder welche, ob wir diese Leiter jetzt nehmen. Oder die eigentlich vorgesehen ist vom Level. Das spielt keine Rolle. Weil beide führen in das nächste Level. Es gibt keine Geheimlevel oder so. Und Quatsch. Wie bei Wolfenstein 3D. Und hier ist eine Riesenratte. Wenn ich mich der nähere von hinten reagiert, sie und beißt uns. Und, äh, auch mit unserer Rüstung brauchen wir, ah, sie brauchen ein bisschen mehr. Aber trotzdem. Ist trotzdem heftig, wie sie uns kaputt beißen kann. Sie haben keine Fernkampfangriffe zum Glück. Obwohl sie es manchmal versuchen. Bizarrerweise. Und, äh, was passiert, wenn man stirbt, will ich mal zeigen. Das ist nämlich auch sehr bekannt. Und, äh, was passiert, wenn man stirbt. Diese Ratte hat uns nicht bemerkt und nicht gehört. Sie war kein Death Guard. Also, sie hätte uns eigentlich gehört. Allerdings war ihr Flur hier in dem Bereich. Und ich stand hier hinten. Und das ist ein anderer Flur als dieser hier, wenn ich mich nur ein bisschen vorbewege. Ja. Das ist die wunderbare Magie von Operation Body Count. Wenn die Musik so kurz aussetzt, dann ist es das, was ich gerade eigentlich erklären wollte. Nämlich mein Safe Stating. Das habe ich auf die Num-Tasten 1 und 3 gelegt. Also mit 1 speichere ich, mit 3 lade ich. Weil sonst muss ich immer das hier machen. So, es dauert. Ich wähle aus. Und dann dauert es wieder so lange, um was zu laden. Und, äh, das kann ich wunderbar abkürzen mit diesen Safe State Tasten. Es ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Es geht nur wesentlich schneller. Und ich werde viel Safe Staten, weil das Spiel ist hart auf diesem Level. Auf diesem Schwierigkeitsgrad. So, ich werde mal versuchen, diese eine Ratte zu überraschen, die ich auf der Karte gesehen habe. Aber ich glaube, sie... ... ist schon woanders. Oh! Oh, eine Riesenratte. Okay. Keine Ahnung, wo die sich rumgetrieben haben. Oh, da kommt noch eine. Oh, da kommt noch eine. Ich habe Angst. Panik pur bei mir. Okay. Noch eine Ozi. Es gab doch eine Möglichkeit, sich an eine Ratte ranzuschleichen. Die müsste hier gewesen sein. Aber ich glaube, die hat mich schon gesehen, als ich da ganz am Anfang des Levels vorbeigerannt bin. Wie so ein Blöder. Weil man sollte am Anfang nicht da stehen bleiben in der Ecke. Zumindest nicht auf Schwierigkeitsgrad, äh, 3. Der uns unten übrigens angezeigt wird. Das ist die 3 neben dieser gelben Karte im Moment. Das Menü werde ich gleich auch nochmal ein bisschen erklären, aber... ... erstmal mache ich noch eine Geheimtür auf für mehr Ozi. Das Gute an dieser Minimap, die ein Merkmal von Capstone spielen ist. Capstone war die Firma, die Operation Body Count entwickelt hat. Außerdem Corridor 7, was ich damals häufiger mal gespielt habe. Ein unheimlicher Alien-Shooter. Hatte auch schon diese Map. Und wenn wir einen Thermosensor aufgrabeln, dann können wir sogar Gegner sehen. Allerdings auch die toten Gegner. Das ist im Grunde eine Wärmekamera. Da ist eine Ratte, die uns wieder nicht gesehen hat. Oder nicht hören kann. Selbst wenn wir hier rumballern, hört sie uns nicht. Hier, ich kann direkt neben mir rumballern. Das macht... Sie hört das nicht. Weil sie sich auf einem Deathguard-Feld befindet. Ich bin auf dem selben Flur, aber sie ist eigentlich auf einem ganz anderen Flur. Dann kann ich sie erschießen. Und die ist, du Ratte. Okay. Und was diese Karte allerdings macht, was Wolfenstein 3D nicht macht, aus nachvollziehbaren Gründen. Sie zeigt uns im Grunde genommen, wenn man auf die Karte guckt, schon an, wo sich Geheimräume befinden. Das sind diese offenen Bereiche. Und wenn es keinen direkten Weg dahin gibt, dann muss man einfach nur in der Umgebung so lange auf die Wände kloppen, bis man das freigeschaltet hat. Im Grunde ist es ganz cool und praktisch natürlich, dass man dann auf den ersten Blick sieht, wo sich was befinden könnte. Aber es nimmt natürlich ein bisschen was von dem Überraschungseffekt, den Wolfenstein 3D dann hat. Und hier oben auf der Karte sieht man einen Raum, den kann man auch in WDC sehen, wo sich ein Generator befindet, den man an- und ausschalten kann. Und Generatoren sind auch eine Neuerung von Operation Body Count, die im Grunde genommen das Licht an- oder ausschalten auf einem Level. Nur diesen Lichtschalter kann man gar nicht erreichen. Ich weiß nicht, warum der überhaupt da ist, dieser Raum. Auf der Map sehe ich das. Er ist klein zu sehen. Da ist einer, aber man kommt da nicht hin. Auch nicht durch eine Geheimtür. Das ist irgendwie anscheinend vergessen worden. Ja. Und das ist wunderbar. Ein wunderbares Spieldesign. So, Lebensenergie haben wir voll. 460 Lebenspunkte. Ich steuere das mit den Pfeiltasten. Es gibt eine Maussteuerung. Wo wir gerade von Mäusen reden. Hier sind die Ratten. Die kann ich allerdings coolerweise durch diese Tür erschießen und Gegner kommen nicht durch Türen durch. Und da diese Ratten allesamt Nahkämpfer sind, erreichen sie uns nicht und ich kann sie in Ruhe abschießen. Wenn sie denn mal still stehen würden. Ja, es gibt eine Maussteuerung. Allerdings ist die so, dass wenn man nach oben oder nach hinten die Maus zieht, sich bewegt. Und links und rechts macht man halt Links- und Rechtsbewegungen. Man kann nicht strafen oder nur ganz merkwürdig mit der Alt-Taste. Ich mache das hier mit der Alt-Pfeiltasten und Steuerungssteuerung. Mit Steuerung schieße ich. Mit Alt. Wenn ich Alt gedrückt halte und links und rechts drücke, kann ich strafen, also mich zur Seite bewegen. Man kann das auch in den Einstellungen nicht ändern. Ich habe es versucht. Ich habe wirklich versucht, eine Maussteuerung hierzu hinzukriegen. Und das ist schlecht, weil die Drehung überschreibt das Strafen und man kriegt es nicht hin, auch nicht mit dem DOS-Box-Keymapper. Aber Türen lassen sich so öffnen. Und das ist cool. Man kann durchschießen. Und hier ist Exit. Und ich höre Riesenraten. Und ich weiß, dass hier noch mehr sind. Hit Detection ist auch lustig. Ich sehe hier zwei Riesenraten, hier links und rechts von mir. Und ich kann sie erschießen, ohne dass die das mitkriegen. Obwohl sie uns eigentlich nach logischen Gesichtspunkten hätten sehen müssen. Wir haben... Sie haben nur irgendwie keine Sichtlinie zu uns, wenn wir hier in diesem Feld stehen bleiben, weil alles besteht aus Blöcken. Das ganze Spiel besteht aus Blöcken, wie man sieht. Und auch diese Riesenraten haben uns nicht bemerkt. Wir sind noch nicht... Jetzt sind wir in der Sichtfenster. Und... Oh mein Gott! Und sie greifen uns an, obwohl sie gar nicht in Reichweite sind. Und ich bin gestorben. Und dann heißt es wieder You Lose. Ja, danke, Victor. So, erwischt. Man kann auch ein Cross Air aktivieren. Mit C. Das bringt aber nicht allzu viel. Und hier von dieser Seite aus kriege ich diese Ratte nicht. Die sich da verbirgt. Das Dumme ist auch, die Schrotflinte nimmt fast die Hälfte des Bildschirms ein. Das blockiert quasi die Sicht auf die Ratten. Und ich sehe sie da. Da ist die Ratte. Ich sehe sie. Und sie sieht mich eigentlich auch. So. Aber... Nein, tut sie nicht. Sie braucht eine gerade Sichtlinie zu uns hin, damit sie uns bemerkt. Jetzt. Dahinter ist noch eine kleine Ratte. Und ich kann auch ein bisschen Lebensenergie aufsammeln. Oder nicht. Hm, komisch. Vorher hatte ich 400... Was hatte ich da? 460. Und jetzt habe ich nur noch 440 und kann kein Medipack aufsammeln, um mich auf 460 zu bringen. Ich bleibe bei 440. Don't ask me, warum das so ist. Frag mich nicht, warum das so ist. So, und damit ist das Level geklärt. Das hier erkennt man daran, unten links ist ja jetzt die gelbe Karte grün geworden. Und so läuft das ganze Spiel ab. Man kann ein Level erst dann verlassen, wenn man die rote Karte, die es am Anfang eines Levels noch ist, gelb gemacht hat. Und wenn die grün ist, hat man im Grunde genommen alle Gegner besiegt. Zumindest im Großen und Ganzen. Hier lag noch eine Ozeon. Ja, das ist die zweite Waffe, mit der wir starten. Für die wir allerdings nur sehr wenig Munition mitbekommen. Und obwohl wir uns jetzt Lebenspunkte anzeigen lassen können, können wir uns leider keine Munition anzeigen lassen. Was wesentlich wichtiger wäre, glaube ich. Das heißt, man kann sich nur an diesen komischen Kästchen da unten orientieren. Das sind ja Health, Lebenspunkte, Lebensenergie. Wenn die auf Null ist, sind wir tot. Und dann heißt es, you lose! Ammo zeigt uns an, wie viel Munition wir noch haben. Aber wie gesagt, es gibt keinen Wert wie bei Lebenspunkten 460, wo man das genau sehen könnte. Sondern man hat nur diese Kästchen und man muss das halt irgendwie einschätzen. Wenn ich zum Beispiel hier jetzt meine Uzi feure. Dann wird es halt weniger. Mit der Zeit. Und dann gibt es noch die Rüstung. Die Rüstung hält natürlich Schaden ab, wie das meistens ist in solchen Spielen. Und ja, dann gibt es noch die Punkteanzahl. 2.125. Unten rechts sehen wir das. Und dann haben wir noch darunter 40. 40 heißt, so viele Gegner haben wir auf dieser Stufe erledigt. Und im Grunde muss man so ungefähr 30 beseitigen in der Regel, damit die rote Karte gelb wird und man das Level dann verlassen kann. Vorher heißt es Unfinished Business und man kann das Level noch nicht verlassen. Man muss erst eine bestimmte Anzahl von Gegnern beseitigen. Meist so um die 30, um das Level zu klären. Und wenn man grün ist, hat man sowieso die Freigabe. Man kann diese Türen übrigens auch wieder schließen. Cool. Und 1 bedeutet Level 1. Also wir sind jetzt auf Level 1 und dann wird es nach und nach immer höher zu Level 2, 3, 4 und so weiter und so fort. So, und hier ist ein Ausgang. Ich könnte jetzt diesen Ausgang nehmen oder den anderen geheimen Ausgang, den ich gefunden habe. Aber ich nutze jetzt diesen hier, weil ich gerade hier stehe und das keinen Unterschied macht. Ich komme jetzt so oder so nach Level 2 und ich werde auch nicht an einer anderen Stelle rauskommen in Level 2. Ich werde immer an der vorgegebenen Startstelle rauskommen. Ja, wir sind auf Schwierigkeitsstufe 3. Das Level ist geklärt. Links daneben haben wir noch unsere Waffenanzeige. Momentan ist es eine Schrotflinte, die übrigens unendliche Munition hat. Das ist auch interessant. Es gibt kein Messer oder keine Fäuste, mit denen man sich im Notfall wehren muss, wenn man nichts hat. Man hat tatsächlich eine Schusswaffe. Allerdings, die Schrotflinte schießt langsam und sie macht guten Schaden im Nahkampf, aber darüber hinaus eher nicht zu empfehlen. Nur als Notwaffe. Ich nutze die gerade am Anfang gegen die Ratten, weil die keine Fernkämpfer sind und weil ich meine Uzi-Munition aufsparen möchte für die härteren Geschichten. Und das ist eine Uzi. Das sind die zwei Waffen, mit denen wir starten. Und ganz unten links haben wir noch so eine kleine Anzeige, die uns anzeigt, wenn wir irgendwas aufnehmen. Ab und zu läuft da auch so ein komischer Blitz durch. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber wenn wir was aufnehmen, dann wird das unten links angezeigt. Es wird allerdings auch oben rechts angezeigt, wenn wir was aufgenommen haben. Also zweimal wird was angezeigt. Und dann haben wir eben die Karte, die wie gesagt ein Staple, ein Merkmal ist von den Wolfenstein-3D-Spielen von Capstone. The Pinnacle of Entertainment. Die diese Spiele gemacht haben. Und das gab es bei Corridor 7 und eben jetzt auch bei Operation Body Count. So eine Karte. Und wir haben Blutflecken auf unserer Visor. Und die verlassen uns, wenn wir das Level wechseln. Oder, und das muss man auch erstmal wissen, wenn man die W-Taste drückt, die Wipe-Taste, und dann wird der Bildschirm wieder sauber. Also, ansonsten blockiert das halt nur ein bisschen die Sicht. Gut, ich werde an dieser Stelle mal speichern. Weil ich hatte vor, bei jedem Levelende einmal richtig zu speichern. So, das ist einmal richtig gespeichert. Weil ich weiß nicht, wie das mit den Safe-States wird. Ob ich mich da mal verhasple oder mich in eine Sackgasse manövriere. Denn Level 2 fängt schon gleich gut an. Oh, es gibt Flüssensequenzen. In der CD-Version. Und wir klettern hoch. Wir steigen nach oben. Das erste, was man machen sollte, ist rückwärts laufen. Und ich nutze die Uzi. Um in eine sichere Ecke zu kommen, wo ich ein halbwegs freies Schussfeld habe. Und dass sich viele Gegner auf demselben Flur befinden, heißt das, ich habe jetzt einen ganzen Haufen Gegner alarmiert. Bei denen ich in der Regel ein bisschen abwarte, bis sie dann kommen aus den verschiedenen Ecken des Levels. Waren das jetzt alle Ratten? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da sind sicher welche auf dem Weg. Wenn ich jetzt den Thermosensor hätte für meine Map, dann könnte ich sehen, wo sich die roten Punkte bewegen. Und ob sich jemand auf mich zubewegt oder nicht. Aber so bin ich, tappe ich im Dunkeln. Den Thermosensor muss man für jedes Level aufnehmen. Das heißt, für ein Level, wenn man den für ein Level gefunden hat, dann muss man, im nächsten Level hat man den nicht mehr. Finde ich ein bisschen unlogisch, aber im Guteil ist das Spiel halt. Und ich mache mal hier den Crosshair aus, weil der bringt mir gar nichts. Lebenspunkte werden noch angezeigt. Und momentan scheint es ruhig zu sein. Oh, oder nicht, hinter mir sind Ratten hinter diesem Gitter. Ein bisschen Glück erwische ich sie auch. Und ich sehe, da hinten bewegt sich auch was. So eine ganz kleine Pixelbewegung. Ich erkunde noch mal dieses, diesen Raum hier. Und eine Strategie, die man auch fahren kann, ist, man geht ein bisschen vor und dann wieder zurück, weil man weiß nicht, welche Gegner man jetzt alarmiert hat, die einen vielleicht gesehen haben. Oh, hier liegt noch eine Otze hier oben. Oh, und da kommt schon einer. Die habe ich jetzt nur aktiviert, weil ich in diesen einen, ähm, hinter auf diese Kreuzung gegangen bin und da irgendwelche Gegner mich von da aus gesehen haben und die dann auf mich zukommen. Die Otzi ist besser, weil sie schneller feuert. Weil ich will ein bisschen Munition sparen. Nun gut, und momentan ist unsere Karte rot, das heißt, wir müssen noch einen Haufen Gegner beseitigen. Momentan haben wir acht beseitigt und wir müssen sicher so 30 beseitigen. Ich weiß nicht, ob ich alle Geheimnisse aufdecken werde in diesem Spiel oder nicht. Oder ob, ähm, ich auch alle Gegner pro Level beseitigen werde, je nachdem wie es läuft. Ich meine, man kann einen Highscore bekommen hier bei diesem Spiel. Aber, da bin ich ehrlich gesagt nicht so versessen drauf. Okay, momentan sind keine Gegner zu uns unterwegs, hoffe ich. Hier liegt noch eine Otzi rum. Und da sehe ich niemanden kommen. Mit der Shift-Taste mit der rechten kann man übrigens schneller laufen und sich auch schneller drehen. Oh, Ratten. Und wieder zurück. Im Grunde läuft das so, alarmier die Gegner und lock sie dann in einen Engpass. Hier kommt was von hinten. Momentan nicht. Hier ist ein weiter Flur, das ist gut für mich. Ein bisschen gestraved. Und das sind übrigens keine Türen, das sind einfach nur Gatter, durch die man schießen kann. Die Musik ist wunderbar terroristisch. Und ich werde an dieser Stelle nochmal speichern, um ein bisschen Ruhe zu haben. Ja, und das ist Operation Body Count. Es ist Terror pur. Zumindest die ersten Level. Das Tolle ist, in der Demo-Version hat man schön in einem Gebäude gestartet, wie in Stirb Langsam quasi. Man hat Terroristen abgeschossen. Und, äh... Das war halt eine Demo. Und dieses Spiel fängt einfach damit an, einen in einen hässlichen Dungeon voller Ratten zu schleudern. Und als ich das erste Mal die Vollversion gespielt habe, dachte ich, oh nein, oh nein. Und das ist wirklich der schlimmste Teil des Spiels, dieser ganze Anfang. Also wenn wir den geschafft haben, dann können wir alle aufatmen. Ähm... Gibt es sonst noch was zu sagen? Dann rennen wir mal ein bisschen weiter. In diesen Raum. Und ich renne auch gleich wieder raus. Denn ich habe ein paar Ratten aktiviert. Die wunderbare KI-Wegfindung kann manchmal an Ecken hängen bleiben, weil die suchen den kürzesten Weg. Aber wenn sie in so einer Ecke hängen bleiben, dann, äh, brauchen sie einen Moment. Man kann übrigens, und deshalb haben sie die Flure so komisch gemacht, denke ich mal. Man kann auch die Flure... Dieses Spiel hat, anders als Wolfenstein 3D, auch echte Boden- und Deckentexturen. Ist auch eine Erweiterung, die sie gemacht haben. Ähm... Kann man, glaube ich, mit F5 aktivieren? Ne, F6 kann man es aktivieren. Und da sieht man, es gibt Texturen oben und unten. Sieht natürlich wunderbar düster und dreckig aus. Und man kann die Gegner auch teilweise nicht so gut darauf sehen, weil das alles so braun ist und die Ratten auch so braun sind. Außerdem lässt es die Performance einbrechen. Ich habe das nie wirklich hinbekommen, dass dieses Spiel flüssig läuft mit den Texturen aktiviert. Aber zum Glück mit F5 kann man sie deaktivieren. Und dann sieht das zwar wieder aus wie Wolfenstein 3D, aber man sieht viel besser, wo Gegner sind. Und es läuft wesentlich flüssiger. Deshalb lasse ich das auch dabei. Aber ja, auch wieder so eine Eigenart. Und deshalb haben sie die Texturen, haben sie die Flure so komisch angelegt. Weil, ähm... Das hier sind auch... Das sind die Texturen des Flurs, sozusagen. Und wenn sie dann in einem Raum etwas anders darstellen wollen, dann müssen sie halt den Flur ändern. Aber sie haben ganz vergessen, Das ist ja... Zum Spiel gehört. Dass Gegner, die sich auf demselben Flur befinden... Äh... Alle alarmiert werden. Guck kurz rein. Und dann wieder raus. Hier kann ich in andere Räume reingucken. Da war ich gerade schon. Werde ich von Ratten verfolgt. Hier nicht. Was Texturen dann allerdings bringen, Ist natürlich, dass man sieht, Auf welchem Flur Gegner aktiviert werden. Also, momentan habe ich auf diesen Fluren geschossen. Und das heißt, dass auf diesen Fluren halt alle Gegner aktiviert sind. Wenn ich irgendeinen anderen Flur sehen würde, Dann wüsste ich, dass ich da vielleicht besser nicht schießen sollte, Weil das Gegner von einem anderen Flur wieder aktiviert. Die dann durch die ganze Map rennen, um mich anzugreifen. Okay, da hat mich eine Ratte gesehen. Okay, ist alles derselbe Flur. Abzug. Und dann hoffen, dass man Die Ratten erwischt. Zumindest geben sie ja Geräusche von sich. Wenn sie sterben. Wenn sie direkt vor mir sind, kann ich überhaupt nicht sehen, Ob sie sterben oder nicht, weil Meine Schrotflinte im Weg ist. Ist die Musik nicht wunderbar? Ich finde sie schrecklich schön. Das ist alles noch derselbe Flur. Und eine Riesenratte, Die uns nicht bemerkt hat. Und sie sterben mit einem... Und Riesenraten sind die Tödlichste Gefahr in diesem Spiel. War ich hier schon? Ich glaube schon. Okay, ich bin wieder am Anfang. Ich bin einmal im Norden im Kreis gelaufen. Warte mal, höre ich hier was? Naja, wenn Gegner irgendwelche Geräusche machen, Dann hört man die im ganzen Level. Oh, ich habe schon volle Uzi-Power. Okay, dann kann ich die auch mal nutzen. Oh, das waren die Riesenratten. So schnell kann es gehen. Und obwohl die Uzi ein bisschen nach rechts zeigt, Schießt sie doch gerade aus eigentlich. Alles noch dieselbe Textur. Und da hinten kommen auch welche an. Und unsere Karte wird gelb. Das heißt, Wir haben tatsächlich so etwas wie Freigabe. Oh, ein paar Riesenratten. Gefährlichste Gegner im Spiel. Zumindest am Anfang. Ups. Okay, hier war ich glaube ich auch schon. Ja, hier kann ich an den Toten ratten. So, erkunden wir ein paar Geheimräume. Hier scheint einer zu sein. Ja. Man kann sie auch zweimal betätigen. Ich finde Lebensenergie sehr gut. Das kann ich gebrauchen. 420. Und mit unten sieht man, Mein Lebensbalken ist eigentlich voll. Und ja, dann kriegt man auch nichts Neues dazu. Also es ist wirklich so, Wenn mit unten die Lebensleiste voll ist, Dann bekommt man nichts Neues dazu. Man bekommt nur dann wieder was dazu, Wenn der Lebensbalken ein bisschen angegriffen ist. Also ich müsste mich jetzt eigentlich Ein bisschen verletzen lassen nur. Und dann könnte ich wieder einen aufnehmen Und dann würde ich über 420 kommen An Lebensenergie. Wahrscheinlich 480 oder so. Und ja, Frag mich Was leichteres. Es ist Operation Body Count. Warum spiele ich das überhaupt? Ja, das ist eine Geschichte für sich. Okay, wir haben Riesenratten. Die auch durch Schrotbeschuss sterben können. Ich glaube, der Schadensbereich, Den Waffen machen, Schwankt von Ich habe das mal gelesen, glaube ich. Von 0 bis 255. Das ist die Bandbreite an Schaden, Die wir machen. Ist das nicht toll? Also entweder macht man gar keinen Schaden, Ein Schaden Oder 255. Das ist ein tolles Design, oder? Ich freue mich. Ich sehe da unten auf der Map, Da ist hier ein Weg. Okay, das hat wohl Keiner gehört. Ja, hier. Die geben auch keine Geräusche Immer von sich. Der Sound ist auch Setzt manchmal aus. Wenn man sich auf den Sound verlässt, Kann das Ein Riesen-Nachteil sein, natürlich. Ein Riesen-Problem. Nochmal die Uzi. Und wir kommen in einen Schleimbereich. Und wir treffen auch die wohl Nervigsten Gegner im ganzen Spiel. Schleimmonster. Die schießen uns ab. Aber wir können sie auch abschießen. Denn wir Glück haben. Und Pech haben nicht. Und die müssen auftauchen, Damit man sie erschießen kann. Manchmal geht das aber auch ohne. Ich weiß nicht, Wann man sie treffen kann Und wann nicht. Seht ihr? Ich treffe und Dann bin ich gestorben. Und dann heißt es wieder You lose. So, mal sehen, Ob es mal ein zweites Mal besser klappt. Ja, einer ist schon tot Und der zweite auch. Seht ihr? So kann es auch laufen. Warum, Weshalb, Wieso? Keiner weiß es. Es passiert einfach. Oder auch nicht. Man sollte ja meinen, Die sind unverwundbar, Wenn sie im Boden sind. Ist hier noch einer? Eigentlich müssen hier drei sein. Einer vergessen. Und wenn ich hier Die Texturen einschalten würde, Würde ich sie wesentlich schlechter noch sehen. Und hier ist dann, Hier ist tatsächlich dann mal Schleim, Ein Schleimboden gemacht worden. Und das ist dann halt Ein anderer Flur mal wieder. Aber ich lasse es so, Weil so sehe ich die Schleimmonster eher. Und da hinten ist ein Schleimmonster. Das hat sich, Den könnte ich Theoretisch ausweichen. Und jetzt bin ich voll geschleimt. Mit der W-Taste kann ich es wegnehmen. Das Schleimmonster hat sich verzogen. Ich glaube, ich wage das nochmal. Da hinten liegt das Schleimmonster. Jetzt habe ich ihn erwischt. Okay. Ich weiß nicht, Warum das Schleimmonster sich hierhin verzogen hat. Und die Ratte ist jetzt nach links abgehauen, Was natürlich schlecht ist. Weil jetzt muss ich hier Durch diesen engen Gang kriechen, Um sie zu jagen. Manchmal hauen die Gegner auch einfach ab. Hier ist nochmal Uzi-Munition. Und ihr könnt euch den Terror vorstellen, Wenn solche Mörder-Ratten, Riesen-Ratten hier sind. Und man sich in so engen Gängen Bewegen muss, Wo man nicht wirklich um die Ecken gucken kann. Ich weiß, dass du da bist. So. Jetzt sind wir grün. Das heißt, Eigentlich sind alle Gegner auf diesem Level jetzt tot. 44 Stück. Jetzt können wir zum Ausgang gehen. Hier ist der Ausgang. Eine weitere Leiter. Aber es gibt noch ein paar Geheimnisse. Gegenstände. Eine Flag-Rest, Eine Rüstungsverbesserung. Kann ich immer brauchen. Und dann gibt es hier noch Eine Uzi. Und irgendwo gibt es den Geheimpfad. Der war glaube ich bei den Schleimmonstern hier irgendwo. Man kriegt übrigens keine Anzeige am Ende Von wegen hier, Wie viele Secrets man entdeckt hat oder nicht. Das wird nicht angezeigt. Man geht einfach ins nächste Level. Bei Wolfenstein oder Doom wird hier angezeigt, Wie viele Gegner Prozentual im Level man besiegt hat. Wie viele Secrets man entdeckt hat. Und wie viele Items man aufgesammelt hat. Es gab noch einen Geheimbereich. Stimmt. Der ist aber weiter zurück. Und der ist ganz besonders dumm. Weil es gibt keine Gegenstände da. Hier ist er. Man sieht ihn auf der Map. Das sind so vier Säulen. Hier muss der Zugang dazu. Es gibt hier keine Gegenstände. Es gibt nur Schleimwände. Zum Glück keine Schleimmonster mehr. Aber das sind Objekte. Wenn man da reinläuft, Nimmt man Schaden. Und zwar ziemlich viel. Man kann auch sterben ziemlich schnell dadurch. Ich will mal nur ein bisschen Schaden nehmen. 380. Weil jetzt kann ich nämlich, hoffe ich, Ne, ich glaube ich kann kein Medikit aufnehmen, Weil kein Balken verschwunden ist bei meinen Lebenspunkten. Jetzt kann ich das erst wieder. Und dann würde ich 440 haben. Weil ich glaube, jedes Medikit Gibt mir 100 zurück. 100 Lebenspunkte. Ja, und das sind einfach nur solche Immerhin sich bewegende Sprites. Das gab es bei Wolfenstein 3D ja noch nicht. Also die Leute von Capstone Haben schon Erweiterungen vorgenommen an der Engine. Einmal diese Karte hier natürlich. Dann solche bewegenden Sprites. Und ich habe 440 und mehr. Kann ich wohl auch nicht kriegen. Und eben auch Zwischensequenzen und Ja. Also hier Kleinere Geschichten. Aber die alle nicht so gut sind, Wie sie eigentlich sein müssten. Okay, ich glaube, dann sind wir mit dem Level durch. Also es gibt auch Objekte, Die uns beschädigen können. Und man hat zerstörbare Wände Und Fensterscheiben. Das gab es in Wolfenstein 3D auch nicht. Also da ist schon was gemacht worden. Es ist nur alles Hässlich. Zumindest bis jetzt. Also Wenn wir erstmal aus dem Aus der Kanalisation raus sind, Dann fängt das Spiel eigentlich richtig an. Aber das ist Viele werden das Spiel schon weggeworfen haben, Bevor sie so weit gekommen sind. Weil Hässliche Level mit Ratten und Schleimmonstern Sind das alles Terroristenratten Und Terroristen Schleimmonster? Darum geht es ja eigentlich im Spiel. Wir müssen Terroristen bekämpfen. Aber Stattdessen hat man dann sowas. Und ja Also Das gucken wir uns beim nächsten Mal an, Wenn es weitergeht mit Operation Body Count. Oh mein Gott. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich.